Enjoy it! Unglaublich lässige Flugnummern, die wir euch vorführen. Im Prinzip vom Ersten Weltkrieg her, die eingesetzt wurden bis heute in diesen Ort. Und für alle, die jetzt schon früh am Morgen hier sind, eine kleine Überraschung. An Punkt 2 kommt das PC-7-Team der Schweizer Luftwaffen und wird uns ihre Flugkunst live vorführen hier auf dem Flugplatz Huse. Kommen! Einfach ist es schon, nur an Printlösungen hinzukommen. Das ist das, was wir dann finanziell herausholen. Was ist das Ziel? So, wie wir sehen, zum Beispiel auch schon, noch zuvor. wir brauchen eine �äne Kino-Kino-Kino, die wir tun und nicht. Wir brauchen eine sehr wichtige Sache, bei der wir uns rüberkommen, dass wir uns nicht gut machen, wo wir uns nicht sagen, Ich bin hier im Vietnam-Reeck-Projekt für den Helikon-Projekt sehr wichtig und grüß ihn wieder. Und die Konflikt-Terminion haben auch gar nicht geholfen, sondern auch ausgeschlossen. Der NIV-20-Göntel ist der bildigste Film-Göntel-Kamping aus dem Lennart. Das ist eine urextreme Waffens, aber auch mit einem sehr guten Konzert. Richtig ist in Ordnung. Wir haben dann die Strecke in La Plata, Hanna und Mekra, das Klima gibt uns, weil die andere Ansichten von der Rückklammungsplatte auch die solche Rehensplatte flöten. Die hier ist so schön. Heute haben wir mit uns, dass die Strecke in La Plata, warum die Strecke in La Plata haben, das ist eine sehr interessante Klinik. Die ist eine sehr interessante Klinik, und diese zwei Mann Land Lokomachricht, wo wir endlich alles noch in die Strecke in La Plata machen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Und das ist ein ganzes Wettbewerb von der Welt, weil wir begleiten. Was Sie uns jetzt sehen, das sind so ein bisschen neue Flügelchen. Einige sind sicher auch ein bisschen unkrieg, aber eigentlich sind es nur drei Euro, die Wachstumsplattform von 17 Kilometern moduliert sind. Der Hugo Marquez hat auch einen Stand, also wenn wir uns interessieren, für Helicopter, dann schauen wir den Stand an, den ersten Hecht. Und wenn wir uns interessieren, wenn der Hugo mit drin ist, dann wäre der Herzgefellte, wie er natürlich nicht anders ist. Der Hugo Marquez hat auch einen Stand, den wir sehen, oder? Ja, das ist ja auch ein Stand. Der Hugo Marquez hat auch einen Stand, wenn man der там werken kann, wenn man die Hobbymatch lebt, dann kommt das wiederить, would wir denn, dann geht es ja, und dann geht es ja auch an den größeren Standen hallen, und dann kommt er noch einen hohen Stand. Und gehen jetzt aus! Da gehe ich Diversity fest. Und dann gehts für mich los. Also wenn ich heute Abend das personnes aufmalte. Der Hugo Marquez fest ist hier disfrut. Seine Kollegen werden uns einen Synchronflug vorführen mit zwei wunderschönen abbaute Chipmodellen. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.